Die nächste Aufnahme einfach starten. Eierficken! Ja genau, mich hat... Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Breakfast! Breakfast! Was ist das für ein Müll hier? Ey, Yannick Schumacher, lass mich in Ruhe. Niko, du fährst oben rum oder wie? Ja, immer. Ja, das dauert viel länger. Doch, ich bin vor dir. Alter, was bist du für ein Mods-mäßiger Oberspasti? Was vor mir? Alter, wie will er hier hoch liegen? Warum kommt da einen entgegen? Huiiii! Das, die Nachverfolge ist. Ja, geht. Warum? Warum? Alter, ich konnte meinen Wagen nicht wechseln, Mann. Ich fahr mit so einem hässlichen C-Gerätsonster. Man kann mit C-Klasse fahren, aber auch noch nicht. Gefährst falsch. Oh. Ich bin demoliert. Ich bin demoliert. Faaah. Was hast du? Das sah für mich aus, das sah für mich aus wie so ein Jump-Ding. Das ist jetzt aber ein bisschen belastend. Also, Juli, ich fahre ohne C-Karren und ich bin Zweiter. Das ist ein bisschen Hauptbelastend. Ja. Nein! Oh, das tat weh. Das waren mal eben 50 KP. So, kommt jetzt. Niko, mit genau der gleichen Ranzkarre bin ich ja gefahren, das ist ja voll kacke. Ja, das ist der Rocket. Hier, der Mobelschröder. Der Mobelschröder, der wird nicht weggefickt. Ja, hat der. Guck, das ist so ein Arschloch, der hat mich auch weggefickt. Halt, rapp es einfach. Ist nicht so, als wenn es mehr oder weniger das Spielprinzip sei. Ja. Und bremst, 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 bremst. Ich? Ich lege voll rüber. Jetzt ist es. Guck. Na, aua. Huh. Ja, sag ich mich. Ja, tschüss, nico. Ich habe erst auch noch Platz. Dieser Hustensohn. Ich war erster. Hustensohn. Ich habe jetzt voll den Bullshit getunt. Oh. 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 Oh, ich bin vier. Hab ich ja schon. Hab ich schon. Stimmt. Wie du? Moin Dirk. Hi Leon. Wer ist dahinter? Ich bin zweiter. Ach, ich bin 6er glaube ich. Ah, wir haben Robin auch schon wieder angeworfen, das ist klar. Ah, Juli! Nico? Hey, Nico! Hey, Erik! Moin, Moin, Moin! Ja, ich steh wieder! Hey, Leon! Hey, Leon! Ich hab nur noch 6 HP! Ich bin um eine Kurve gefahren und ich hab 6 HP! Nee! Ich hab 18! Also ich hab den grad nur gestritten und hab 16 Schaden gekriegt. Da hat auch immer so ein Grün wie du, Nico, auf dem Wagen. Was ist denn Grün? Wieso kommt dieser... Ja, okay, ich bin dem Moin, 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 Moin! Man kommt sich hier entgegen. Ich hab die Hände! Ich dachte, du kennst die Strecke! Nein, die Strecke kenn ich tatsächlich nicht. Dachte ich. Also... Die haben wir grad... Ja, okay. Denk ich jetzt hab' nicht längst Werke los. Aber ich bin im Absolut gesehen. Was? Eriksson hat beendet. Aha. Ich komm gleich wieder, ich mach hier nochmal... Ja, gut. Komm mal gleich wieder. Wo ist Nico? Ja, ich auch. Ich dachte, weil du gesagt hast, da ist Juli. Da ist Juli. Ich bin auch... Das war episch. Loll. Als... Ob... Ich hab's auch... Okay, kriegt man viel mehr Damage als normal. So, alles in breit? Okay, perfekt. Bestimmt ein Cheater. Hacks. Und damit, willkommen zurück auf einem neuen Server hier. Es wird alles besser. Es wird alles besser. Nico? Moin. Jo, aber... Jo, aber... Jo, aber... Jo, aber... Jo, aber... Jo, aber... Es tut mir leid. Ja, als ob... Als ob es hier reicht gut. Nee, irgendwie nicht so, oder? Ja. Alter, was... Wie fahr ich eigentlich? Mit Senkern und Gattern. Nico? Oh, das ist jetzt so... Niko? Hahaha. 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 bist du jetzt schon im arsch oder was ich habe voll in die voll in mich rein dann hat es voll verkackt er ist es sein dass du einen grünen wagen hast ich habe das auto nicht so gut wie der wie krass er wird das rutschig hier ja die strahle die map ist mega geil nein mehr gut ich habe ich habe sie auf seife hier alle dafür hat brian mit und brian oh gott hast du überhaupt nicht so gut wo ich sagen hier nicht das ist sicher außen weg du also steht hier jemand ja zum guttreiblich um welchen letzten plätze ich bin platz 18 ich habe gerade meine ersten schaden gekriegt gebt gas mann und dominik spielt auch mit ich habe wiss hatte ich gerade vor mir spielt dominik mit als ob sich der admin entschuldigt für's drehen was ist das von mungo man entschuldigt man entschuldigt sich doch in breakfast nicht fürs drehen also bei dir nicht ja ja bei dir macht man ganz jetzt einfach ich habe irgendeine pizza gerade neben mir fahren weil hallo ihr deppen auch hier dominik fuck off bleibt raus danke oh mein gott das eine bettung wand ich glaube ihr holt oh hi eric jetzt gibt's auf die schnauze alter eric wie schnell bist du bitte das ist ja schneller als du scheinbar holi bisschen arg spät gebremst aber ich fahr dir erst mal nach das ist eine bettung wand aus ruhig viel aufkümmel äh schön oh mann eric machen wir langsam auf welchem server seid ihr überhaupt ich fahr noch nicht schon an der wand dran ey leon bist du ein bisschen doof auch spielt grad leon nicht auf dem server oder was verwechselt der idiot mich schon wieder ja dann ist doch da vorne ja weil du gefragt hast auf welchem server spielen wir es hat mit sicherheit mich leon gefragt du idiot bist du bist du ach lol hallo 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 macht das gott das ding irgendwie so viel leiser nein nein ich bin doch so viel gar keine nachricht alter du bist ein hässlicher run spot boah ich muss gleich mal irgendwie meiner obwohl die kannst du mal bitte aufhören wieder in die zu schnauzen der bot hat mich ausgetrickst der bot hat mich ausgetrickst ob ich jetzt die runde hier nicht beende weil oh oh schaffe ich das noch schaffe ich das noch schaffe ich das noch da sind Only Guy daher ist noch komm 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 bin ich steh ich steherá damit rauspüren ich steh zwei meter vom ziel ich bin gerade noch rückwärts gefahren absichtlich ahaha weil ich sowieso letzter bin als ob bei mir steht plus eins als ich war was ist So, nächste Runde Rackfest hier, Erik ist direkt vor mir, der wird so weggefickt. Rackfest. Rackfest. Ja, tschööö. Ciao, Nico. Ciao, Yudi. Wie so, ciao? Ciao, Nico. Oh Gott. Ja, okay. Boi, Boi, Boi. Juri. Heide gedreht. Boi. 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 Niko, Niko. Alter, eher als ob Erik immer noch vor mir ist jetzt. Ich hab dich grad überholt. Was geht denn hier ab, ey? Erik! Sehr gut gemacht, Niko. Ein Applaus an dich. Boi, Niko. Hi, Niko. Hi, Juli. Wir sind ja nicht so. Alter, Juli, Erik. Das war echt du besser. Wahrscheinlich war das... 40 Minuten... Was ist ein 40 Minuten Kep-Up, Alter? Wenn du 40 Minuten Kep-Up passt, dann ist der schwarz. Au, fuck. Au, shit. Hallo, Juli. Au, fuck. Komm schon. Diesmal. Diesmal beende ich aber. Diesmal beende ich. Wo bist du, Juli? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Niko, wieviel da bist du? Alter, was ist das? Ich höre, Juli. Alter. Alter, die Sarkitis voll in mich. Alle, Erik! Okay, das mit Breakfast mit der Tastatur lassen wir mal lieber ganz schnell wieder sein. Boi, 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 boi. Boi. Dach. Der Preis, ey. Oh, Erik! Ey, ich bin unschuldig. Das ist der andere Tisch gewesen. Das bin jetzt nicht hier, guck. Erik! Ach, scheiße. Jetzt bringe ich jetzt weg. Ich hab gesagt, ich beende das. Oh Gott, das sind acht Runden, ich schaff das nie im Leben. Ne. Ne. No. Davor nehme ich aber noch. Davor. Alter. Davor nehme ich aber noch Niko mit. Ne, 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 du lass es mal. To, 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 to. Also mein Auto gibt es nicht mehr. Boah. Ich bin... Alter. Bedehung. Alter. Nein. Mir kam... Niko. 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 Und dann hatte ich einen Frontalschaden. Geil. Hehehe. Alter. Dieses Spiel mag mich einfach. Dieses Spiel mag mich einfach nicht. Hab ich dich indirekt demoliert? Alter, ich feier's. Ja. Du hast mich indirekt demoliert. Hehehe. Mega. Alter, wie viele Lä... Wie viele Läden denn noch? So viele. Long. Alter, der hat mich grad beinahe demoliert. Was ist... Was ist mit meiner Maus los? Alter. Michi, Mann. Huh. Erik, da ist Niko. Fick ihn. Fick ihn. Aber... Der Idiot hier steht dem Weg. Hehehe. Ja, ja. Huh. Erik, wie viel da bist du denn? 14er. Oh, Niko. Ich bin 30er. 30er. Hey, das kann nicht sein. Jetzt sind die Autos. Ja, die sind vielleicht eine Wunde vor. Ja, die sind vielleicht eine Wunde vor. Und da hinten. Oh, Erik. Oh, Erik. Oh. Ich geb nicht mehr lang. Das ist mir vollkommen klar. Erik. Oh. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss mich mal zurücksetzen. Nee, 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 nee. Jetzt müssen wir... Aber ich hab die drückt. Weil... Nein! Oh. Oh, Niko, ey. Da wird... Da wird... Da wird... So wie... So wie ich es bei dir gemacht hab, ey. Da hat einer wen rausge... Alter, wie gut... Wie gut kommst du denn mit dem Kurven? Ich glaub ich nehm... What the fuck? Wie schnell beschleunigst du? Ich glaub ich nehm nächstes Mal Autos den Wagen. Ich auch. Ja, okay. Aber ich bin ein 13er. Ja, aber wie krass der beschleunigt. Du kannst halt nicht fahren. Ist die Erdisch? Ja, also ob du besser fahren kannst. Brian! Aus dem Weg! Hol Brian! Hol Brian! Hol Brian! Hol Brian! Hol Brian aus dem Leben! Jawoll! Oh! Nein, Rotti! Den kriegst du. Ja, du hast direkt die Ruke genommen. Nico, was machst du denn? Aufsetzen! Fahren! Da kommt Michi mal noch an. Nassert sich durch. Als ob Nico so lange nur lebt. Ich kann's halt. Im Gegensatz zu dir. Ja, und der Cheater hat gewonnen natürlich. Okay, alles gut. Oh, jetzt muss ich nur... Oh, 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 oh! 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 Ich bin grad erschrocken. Überleben. So! Einmal um die Kurve noch. Und... Das ist so gut wie Flex. Oh! Oh! witz 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 das ist dominik das ist dominik das wissert ich bin zehnter wieder drei wunderbare runden das könnten aber auch viel gewesen sein auf jeden fall war es das jetzt für diese folge wir sehen uns in der nächsten bis dann schau ich hab jetzt